Logisches, äh, hi, ho, ha, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ways to Die Map, eine Map, die sich damit beschäftigt, in Minecraft zu sterben. Ich würde einfach sagen, wir lassen uns komplett von der Map überraschen und ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr bald nochmal so eine Map wollt, Slate and Fert, niiiih, gestammt, nach oben durch und vor allem der letzte Part, den ich davon gezeigt habe, ei, 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 da liegt einiges zurück, ich verlinke euch den mal unten und, roots, äh, erste Regel, nicht sterben, zweite Regel, Spaß haben, YouTuber, roots, ähm, mach alles, was in den normalen Regeln steht, na klar, so, wir sind Spiele 1, wir legen, los, Level 1, ähm, oh, ah, den Trick kenn ich schon, können wir das genau, genau mal, oh, ich hab mich jetzt mega erschrocken, ich wusste, dass die explodieren können, ich wusste aber nicht mehr genau, wie das funktioniert, jetzt, okay, Level 2, water up your nose, mhm, das, zack, so, jetzt heißt es warten und, äh, gediegen sterben, oder? Klingt nach Spaß, oder? Ich meine, wer trägt nicht gerne, das ist doch, bam, Logo ertrankt, okay, Level 3, I love rats, oh, sch, warum gibt's dem Buch mit dem Aufschritt, sorry, no TNT, so, es gibt also kein TNT zum benutzen, aber dafür haben wir gerade Inventur anzielt, Leute, wuuu, okay, back zum Thema, äh, wir haben einen Haufen Stuff, wie bringen wir uns damit jetzt am dümmsten um, und zwar bauen wir, wir brauchen noch irgendwelche soliden Blöcke, so, wir bauen den Werfer auf, gibt's da eine Spitzhacke oder so, oh, okay, wir bauen doch mal in der anderen Ecke auf, warte, wir brauchen einmal hier die Spender, jetzt brauchen wir die Pistons, zack, zack, oh, es gibt sogar Redstone-Verstärker, genau mein Gebiet, wir steuern das so hier an, geht das so, ich weiß es gar nicht, nee, das geht nicht so, oh, jetzt hab ich da so einen Block gebaut, nein, wie töte ich mich, verdammt, geht das nicht? Doch, na klar geht das, ich hab noch eine gute Idee, was wir vielleicht machen können, oh, das klappt alles nicht, ich bin so behindert, was tue ich hier? Wow, welch kreativer Weg, sich das Leben zu nehmen, scheiß auf Regeln, scheiß auf, was wir machen sollen, zack, aus der Welt, oh mein Gott, Level 4, your little friend, oh, das spricht für Map-Qualität, oh, don't jump, okay, mein kleiner Freund, was kann der denn schönes, sag, wie tötet man sich damit, kannst du so explodieren oder sowas? Ich meine, Digga, wir wollen sterben, ich dachte, das Schwein kann fliegen, das kann nicht fliegen, okay, Level 5, I believe you can fly, oh mein Gott, aua, verdammt, wartet, das kann klappen, aua, ich stoße mir übelst den Kopf an der Scheißwand, oh, verdammt, come on, oh, verdammt nochmal, come on, ich war schon immer ein Vogel in der falschen Haut geboren zu fliegen, oh, verdammt, come on, wollt ihr mich verarschen, oh, ja, come on, das ist doch nicht möglich, I believe in my dreams, I can fly, wir sehen Ken, Hilfe, Superichi, kannst du mich helfen? So, Level 6, hat der absichtliche Löcher drin gelassen, das wird jetzt echt langsam langweilig, hat der einfach nur keine Ideen für 50 Level oder, wir können ja auch hier die Druckplatte abbauen, oh, verdammt nochmal, aber er meinte, versucht nicht zu ertrinken, ja, ich ertrinke jetzt aber einfach, ah, don't give a fuck, Alter, ich lebe gegen das System, it feels good to be a gangster, oh, das verdammte Ertrinken dauert wieder so verdammt lange, wollt ihr mich verarschen, da hab ich ja noch ein halbes Leben Zeit, kann ja auch noch die Kiste hier ordentlich einsetieren, so, jetzt sterbe ich, oh, ja, komm, bitte gib mir den Tod, bitte, boom, Level 8, das ist ein verdammt trauriger Weg zu sterben, weil wie verdammt langsam man nur Damage bekommt, ja, das ist ja schön, das ist ja wirklich zu einfach, oh, ja, aber komm, nimm mich, das klingt verdammt falsch, oder? Okay, Level 10, TNT, kann ich's irgendwie anmachen, find the button, da bin ich ja Profi drin, okay, button hier, nein, button an der, ah, button an der Decke, oh, da, ich mach's boom, oh, yes, komm, komm, du bist gestorben, Level 11, they will take care of you, oh, geil, wir können uns eine ganze Armee erschaffen, aber ich kann sie nicht spawnen, wuh, come on, Alter, manche von denen haben sogar enchanted Schwerter, so, bereit, gleich gibt's hier richtig aufs Maul, Alter, bereit für ein Fight, Jungs, okay, Jungs, jetzt geht's ab hier, oh, holy shit, ich war instant tot, oh, Wolf, ja, das ist ja genau das Gleiche nochmal, so, oh, well, wir baden in 1000 Grad, da ist alle aber, wuh, so, time for more flying, ah, das ist so mies, das ist so ein kleiner Bug, come, 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 yeah, wuh, hier ist die Startlobby, ich hab's bis zur Startlobby geschafft, time to say goodbye, gute Frage, nächste Frage, jetzt muss da aber mal was kommen, wo man wirklich grübelt, ist da unten noch irgendwas, ja, ich hab doch die Chest geöffnet, was ist denn das, ich kann mich noch gegenheilen, ich schaff das, das End kriegt mich niemals, Level 17, drei Punkte, ist schon wieder das Gleiche, kann ja nicht die ganze Zeit nur das Ziel sein, dass ich ins Void springe, was ist mit dieser Map bloß, okay, hier steht was an, was wir wirklich können, der gute alte Fallschaden, zack, 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 und zack, stirbt doch mal schneller, okay, Level 19, over the wall, oh, wie cool ist das denn, oh, oh, nee, das hat nicht geklappt, oh, Mann, Mann, ah, diese Map bringt mich zum Verzweifeln, boom, alter, jawohl, okay, Level 20, do you like Parkour, nee, eigentlich nicht, oh, was soll ich tun, oh, oh, okay, oh, MLG, chicken, holy shit, das war wirklich cool, Level 23, ouch, wie kreativ, 24, I'm in space, aber wenn man in space ist, kriegt man keinen Fallschaden, ah, da geht's aber raus, es kann doch aber nicht dauern, das Ziel sein, ins Void zu springen, Junge, am Map-Ersteller, warum, Level 25, Sonic, da, 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 try, da, 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 da´s, cle, da, 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 da… Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Langes, weather away, boah, ich wusste gar nicht, dass Skelette ein Hau und Kö Jeff- Das ist ja ein richtiger Albtraum, let's do this, come on, woo, hui, Coco wurde lebendig begraben, hä, aber jetzt bin ich wieder hier, ich glaube, die Map-Braid fuck mich lange, ich glaube, dass das Absicht ist, klar, ich bring mich jetzt einfach über Fallschaden um. Ich meine, wer bricht sich nicht gerne sechsmal hintereinander das Bein? Ich meine, hey, das ist doch geil. 28. Crusher. Oh! Und wieder mal sterben wir in der Wand. Okay, Level 29. Just Zombie. Der hat Eisenrüstung und verdammt coole zwei Schwer... Und wir kriegen noch... Einen, wollte ich fast sagen. Level 30. A Creeper. Oh, der Elektro-Creeper. Kammerankam. Wir sollen uns einen Eisengolem machen. Aber der schlaue Fuchs hat uns kein Eisen gegeben. Mensch. Hey, was geht ab? Okay, töte mich. Komm, töte. Nein, nein, nicht. Nein, 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 nein. Nein, komm zurück. Warum verlassen mich alle Menschen in meinem Leben? Komm da her, töte mich. Du sollst nicht sterben. Du sollst mich töten. Komm. Töte mich. Töte mich. Verdammt, wofür habe ich dich gebaut? Töte mich. Töte mich doch bitte. Töte mich. Bitte. Bitte. Es gibt eine einzige kleine Sache, die ich mir wünsche. Dass du mich tötest. Oh, wir sollen uns TNT bauen. Das müsste genau für ein TNT reichen. Genau. Komm, töte mich. Yes. Diamonds. Wie zum Teufel sollen mich Diamanten umbringen? Ja. Level 34. Leben bekommt einen ganz neuen Sinn. Level 35. Okay, kein Problem. Eins, zwei. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Langsam sterben. Das kann ich. Wir haben noch nicht mal was gemacht. Ich konnte noch nicht mal den Text zu Ende lesen, aber danke, Map. Ich stelle keine Fragen mehr. Okay, Level 37. TNT-Error. Oh, die sind neu. Yes. Let it boom. Let it boom. Ah, Level 38. Fire Arrows. Oh, lol. Die Insel neben mir. Alter Schwede. Mensch, die hat auch schon mal bessere Zeiten. Man kann sich da reinstellen. Ah, wenn ich gleich hier durchgebrutzelt bin. Ich bin dann gleich so richtig lecker. Level 39. Äh, was machen die denn für ekelhafte Geräusche? Äh, klingt, als ob die einen ankotzen. Heilige Scheiße. Alter, achtet mal nur auf diese Soundkulisse. Ich kann hier noch diese komischen Schulker oder wie die heißen hören. Creeper in the Box. There is no Creeper in the... Oh, Creeper in the Box. Drowning. Ja, aber hier ist nichts zum Ertrinken. Ha, sehr lustiges Thema. Ah, machen wir ein Level, wo der Spieler trinken soll, aber geben ihm einfach kein Wasser. Ha, wir sind solche Genius. Wenn man ganz leise hinhört, kann man, kann man die Vögel zwitschern hören und die Skulker im Hintergrund. Ah, ich bin endlich gestorben. Komm, ich hab's doch gleich. Ah, ein Herz noch, komm! Wisst ihr, ich kann auch sterben, wenn ich klatsche. Level 46. So many colors. Das, die kann man färben? Ist einer von denen auch echt und kann mich töten? Ich glaub, hier ist nix drin. Oh mein Gott! Ich dachte, das war auch nur eine Vermutung, ob das geht. Level 47. Oh, das ist ja genial. Zack, 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 zack! Das ist jetzt lame. Ja, ich hab gleich nochmal das Level 47 bekommen. Dankeschön. Level 48 in this. Oh, verdammt. Ich dachte, das geht. Okay, Level 49. Errors to death. Alter, machen die viel Schaden. Heilige Scheiße. Level 50. Letztes Level. Was soll ich tun? Something special. Ja, ich seh, ich ba... Seht ihr das? Was ist das? Die Map ist fast mehr Qual, als sie wirklich was ist. Selbst das letzte Level war es nur runterzufallen ins Wald. Ich muss die Map erstmal kurz verarbeiten innerlich. Die Map hat mich komplett auf jeder Linie verstört. Und das waren so viele gestretchte Level bis Level 50. Ich sitze seit über eineinhalb Stunden an dieser Map. Jo, äh, das war's mit den 50 Wegen zu sterben. Und ich hoffe, ihr habt gelernt. Das ist anstrengend. Also, nehmt euch lieber nicht das Leben. Vor allem, die Map hatte so viele gestretchte Level. Trotzdem hat es euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer sich selbst mal in Minecraft das Leben zur Hölle machen möchte, dem verlinke ich die Map unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr von solchen Maps wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao.